Wann hast du entschieden, hetero zu sein? Ich hatte neulich mit einer Freundin telefoniert und sie sagte, ich finde das total gut, dass ihr auf die Straße geht. Das ist total super. Ich habe auch ganz viele schwule und lesbische Freunde und Freundinnen. Und ich meine, warum soll man das nicht machen, wenn man sich irgendwann mal entschieden hat, homosexuell zu sein? Es ist nämlich keine perverse Entscheidung, dass wir lieben, leben und so sind, wie wir sind. Genau deswegen gehen wir auf die Straße, weil es eben keine Entscheidung ist. Offensichtlich gibt es da noch irgendwo Aufklärungsbedarf und der ist wirklich enorm. Auch bei Leuten, die völlig tolerant eingestellt sind. Aber das ist die entscheidende Frage. Es ist keine Entscheidung. Du bist, wer du bist.